Ich habe mich mal so ein bisschen unterschlupfmäßig hier runtergestellt in eine Tiefgarage. Hier sind rein theoretisch auch stärkere Gegner, denke ich mal. Ich guck, hier unten ist gerade gar nichts. Boah, hier unten ist auch nichts. Aber wirklich nichts, ne? Alter. Aber man schliert nicht, wenn man da unten ist. Das ist schon mal schön. Da vorne sind Gegner. Geht daun, geht daun. Hier könnte manchmal hochdivision-technisch liegen, hier da an der Ecke. Was kann man hier? Werkzeug. Goldenes Werkzeug! Hier durch links. Hm. Scheißen Dreck! Da ist ein Gegner. Ach so, ich habe ja gedacht, das. Haaa! Toll der Helle. Das ist nett. Ist nett. Ja. Was mit dem Sturm? Ja. Glaub ich nicht. Ich habe eigentlich eine Waffe. Und so, die werden die laufen. Und jetzt ein bisschen schneller ballern. Was kommt ja mal aus und was ist ein bisschen bis jetzt passiert, die sie haben. Oh nein. Nein, 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 nein. Geht's denn auch nicht? Na, 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 na! Gibt's denn hier auch nicht? Was man muss schon mal sein? Geht's denn nicht? Elektronik. infektionsgrad nimmt zu ich werde durstig wird man schneller durstiger vom rennen ich weiß es nicht jetzt habe ich Futter genommen statt kann ich tragen körpertemperatur sinkt körpertemperatur sinkt oh nein wenn ich gerade so ein bisschen im kreis kann das sein körpertemperatur richtig dumm das ist nämlich welches ziel du verfolgst ja pss lass mal da hin und da ist wieder jemand tot gegner einfache gegner schießt auf die knie hier ist noch irgendwo jemand das ist noch irgendwo jemand das ist eine tonne körpertemperatur ich habe noch keine Fälte verloren der den in der Diebgarage waren ja wenn du bessere Klamotten einhast dann brauchst du dich nicht wundern weil wir sind die Werte minus 15, minus 17 30 und nochmal körpertemperatur ist unter der optimalen Wert gesunken ja 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 Vielleicht gibt es ja hier drüben was. Oh Alter, blendet gar nicht. Was haben wir denn hier? Erste Hilfeset, jawoll. Ich habe schon zwei Stück. Was haben wir hier? Wir sind hier guter Waffenbäder. Mit uns nur was, wenn wir überlegen. Ja. Das war es dann schon hier. Das ist aber mau ausgefallen. Oh, Gegner. Arschloch-Controller fast leer. Zwei Lila, ne? Wollen wir es riskieren? Ich weiß nicht, ob da irgendwas ist. Nein, lass gehen. Nein, lass gehen. Nein, lass gehen. Lass gehen, lass gehen. Lass gehen, lass gehen, lass gehen. Wir wollen jetzt keine unnötigen Risiken erst eingehend. Man weiß ja nie, was da los ist. Wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen, wir kommen jetzt hier und wir kommen jetzt mit einer Granate weg. Hier sind auch Gegner. Das ist ja eigentlich ein Abholbereich. Was ist der andere Dusch hin? Hier war einer. Ich hab dich gesehen, Freund. Wo bist du hin? Ach so, hier war. Hier? Ähm, ähm. Hier war noch ein dritter, zu 100 Prozent. Wo ist der hin? Ich hab zwei, also ich hab auf zwei hier oben geschossen. Scheiß auf ihn. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Körpertemperaturabfall entdeckt. Gefahr der Hypothermie gestiegen. Gefahr der Hypothermie. nie, mü', nie, mü'. Mann, die haben es lange durchgehalten. Dann, direkt auf uns zukommt, Granadier, zwei Granadiere, ein, 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 ein normaler. Leckt mich doch, jetzt kommen hier noch Raikas um die Ecke, Schlawinas, wahrscheinlich. Und von hinten am besten noch Klinas, danke Spiel, wirklich, danke! Oh Mann, ey. Ja, von jeder Seite kamen jetzt irgendwelche Pisser, Alter. Loll. Hast du ein Erste-Hilfe-Ding? Ja, ich laufe aber auch direkt ein Stück nach hinten. Ey, was war das denn? Treffen, Muskele anfallen, nicht gut. Ich hab' ihn gefettet, da! Treffen, Muskele anfallen, nicht gut. Ich hab' ihn nicht, ich hab' ihn nie! Scheiße! Lass dich, Volkron! Wir haben ihn erwischt! Mann, komm aus deinem Scheiß, was steckt hier rein. Psyche. Alter, dieses Spiel, ey. Manchmal richtig asozial. Stellst dich drauf ein, komm, machen wir den kleinen Trupp kalt und kommen noch ein paar mehr dazu. Einfach nur asozial. Warum ist eigentlich in der Richtung immer noch ein Ausrufezeichen? Das war der Abholbereich, wahr? Das war mich nicht. Ja, das ist der Abholbereich. Na, hier ist Nahrung, okay. Versteck wäre schön. Da oben auf dem Weg. Komm mal an einem vorbei. Lass mal an Dark Zone 3 gehen. Hier, dieser Boradinho, der sich gerade selbst wiederbelebt hat, der hat mich damals wiederbelebt. Ich stand gerade unten links, der hat sich selbst wiederbelebt. Der war cool drauf. Hier liegt einer tot. Gefahr der Hypothelmie gestiegen. Na, Amerika, ja, ich glaube, das ist ein NPC. Oh, der ist jemand tot. QQ. Why? Da hängt jemand in der Runde ab. Oh, ich muss unbedingt Medikamente zu mir nehmen. Eieieiei. Ja, die habe ich jetzt auch gerade mal zu mir genommen. Ja, so. Eieieiei, ich habe gar nicht mehr darauf geachtet. Gegner im Gang gerade auf. Die sind lila. Zwei. Zwei Schildtypen. Na, schlag ruhig auf mich ein, okay. Deswegen habe ich ja ein Schild. Wollen wir gucken, wie gut da hier gehen die, äh, gleich hier sind die Endviecher. Gar nicht. Hier ist ein Erste-Hilfe-Track. Ich habe eins, ja. Körpertemperatur sinkt unter den normalen Wert. Dark Zone 3. Hier ist es schön. Signalpistole anfertigen. Für die Bebergung nötige Signalpistole jetzt gefunden. Kann man lustig ein Schild herstellen. Mobile Deckung. Ich stelle jetzt erst mal ein Erste-Hilfe-Set mir noch her. Das ist mir gerade nicht mehr. Was soll ich herstellen? Haftkaner, Geschützturm, Suchermine, Hilfsposten. Ja, das ist ein Erste-Hilfe-Set mir noch her. Hilfsposten wird schnell kaputt gemacht, glaube ich, oder? Gehe ich von aus? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich war noch nie bei den Huntern. Ich kann es dir nicht sagen. Ich gehe davon aus. Muss aber nicht sein. Vielleicht ist es genau das, was wir brauchen. Weißt du wie? Ich glaube, ich mache entweder Suchermine oder Geschütz. Was nehme ich? Ich habe Blundgranaten noch reingetan. Ich glaube, ich werde... Ah, Geschütz oder Suchermine? Denkst du? Von dieser Frage kommt... Geschütz. Oder Niederlag? Ich nehme Geschütz. Scheiß drauf. Suchermine sind gar nicht jetzt besser, aber... Ist egal. Irgendwas muss ich ja jetzt hier. Alles, was geht, muss ich jetzt rausballern. Hat der sonst keinen Swag? Okay, mehr kann ich auch nicht machen. Jetzt tue ich das noch auswählen, dann ist gut, Alter. Alles oder nichts. Hochwertiger Virusfilter. Erste-Hilfe-Set. So, ich hätte vielleicht auch mal nach einer verdammten... Naja, egal. So spät. Ähm... Septischer Schock. Naja. Nimm mal Medikamente, besser ist das. Ich habe noch eins, dann bin ich durch. Ja, wir gehen jetzt sowieso zur... Werbung. Achso, ich wollte noch mal gucken, ob ich eine Waffe mir herstellen konnte. Stimmt ja. Ich bin mit nur Lilo, mit nur Blauen und Papix. Na, ich kann keine Waffe mehr als Themas durch. Und das Thema für die Sachen ist auch durch. Okay, schau es drauf. Los geht's. Und ich schaue doch noch was. Und ich direkt mit von der Portie. Ich bin schon raus. Und die Perks auswusten. Na, ich komme jetzt auch raus. Geht's hier irgendwo lang, oder? Geht's hier irgendwo nicht lang. Oh, Gegner, zurück. Zurück, zurück. Zurück. Geht's sowieso nicht lang. Geht's nahe, zurück. Geht's sowieso nicht lang. Ich muss mal kurz Medikamente nehmen. Jetzt hat der nicht wirklich das Medikit genommen. Oh, wie ich das hasse. Geil. Hm, richtig geil. Super. Wenn sich vor allem noch keiner aktiviert hat, dieses Ding. Oh, ich hab elf Minuten, dann bin ich tot. Du glaubst also, dass du elf Minuten musst? Den im Anflug auf ihren Standort! Durch jetzt, ja? Starke Bedrohung entdeckt! Hm, starke Bedrohung entdeckt, ja, ist ja komisch. Ich bin nochmal weg, schau, Leute. Scheiße, hier geht's nicht lang. Ich bin weg. Bitte, Hunter, gehen Sie nicht auf mich. Warum gehen Sie denn auf mich, Herr Hunter? Oh, da sitzt sie. Lol, Alter, einen Schuss, ich bin down. Boah, Alter, das sind Hunter, ich hatte die Viecher. Und dann können wir Vernünftige krippen und sind die Viecher die Hölle. Oh Mann. Ja, und da müssen auf jeden Fall auch jetzt, wo ich bin. Schön für mich. Schön für mich. Ich bin nochmal weg. Kann ich mal jetzt ein Stück wegrennen. Das war nämlich gerade ein Fängs für mich. Ja, jetzt hab ich den Spaß. Ja. Si, Senor. Kannst du noch Granaten werfen? Das ist mal ein guter Tipp, ne? Werfen einfach mal Granaten. Oh, Alter. Was war das? Eine Granate. Von den Typen. Aber kein, äh, 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 wie heißt das? Doch, Sucharmine. Die schön auf mich gegangen ist gerade, die Sau. Lol, du hast sie zu mir gelockt, du Arschgesicht, Alter. Ich bin weit genug von dir weg. Guck auf, ich stehe hier die ganze Zeit. Wo sind die Viecher überhaupt? Wiss ich doch nicht, ist mir gerade sowas von egal, wo die sind oder wo die nicht sind. Ach, da hast du normale Gegner, die jetzt noch hier kommen. Schön. Äh, Metzo? Ich weiß, wo sie sind. Ja, ich weiß, wo sie sind. Ich hab gehört, die sind bei dir und kommen jetzt zu mir, höchstwahrscheinlich. Ich bin nämlich georientiert und daher weiß ich nicht, dass sie zu mir kommen werden. Ich liege, aber ich bin weg. Wenn du eine Medikin hast, kann ich dir jetzt gerade nicht helfen. Tut mir leid, Digga. Nein, ich bin down. Oh, das ist vorbei. Okay, Alter, das sind... Das heißt, das Warten. Eventuell holt uns noch irgendjemand hoch. Hier holt uns keiner. Am Arsch wird uns hier einer holen. Das kannst du vergessen. Dass hier jetzt einer vorbeikommt und sie denkt, la la la, ich hab noch zwei Medikits über, die ich jetzt mit den Leuten teile. Gruppenbeobachtung bringt jetzt richtig viel wie Kors, du liegst ja gar nicht rum. Diese scheiß Hunter, Alter. Ich dachte hier, die Landezone wäre besser, aber die ist nicht besser als die andere. Kann man die Map aufrufen? Ja, okay. Noch eine Abholzone höher wäre vielleicht besser gewesen. Weiß es nicht. Wieso sieht man keine Teammates? Wir haben viele bewusstlose Spieler hier überall rumgekammeln. Ja, komisch, ne? Wo kommt die bloß her? Hier gehen die meisten drauf. Das ist einfach Fakt. Nach 27 Sekunden sind's bei mir. Ich bin da. Ich hab schon mal überleben verlassen, weil ich bin ja eh da und also von daher. Und du wirst jetzt nicht mehr in den letzten Sekunden gerettet und selbst wenn mir bringt es ja nützlich. Ich bin kaputt. Ich bin kaputt. Ja, das bringt gar nichts mehr, sondern sich jetzt irgendwie schaffen wird zu retten. Ja, das bringt gar nichts mehr, sondern sich jetzt irgendwie schaffen wir zu retten. Ich bin kaputt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017